Was meinst du? Sind live, sind live, bin live, wir werden auf gar keinen Fall nennen, oh Gott, das schadet. Wirklich, danke für den Mentor Boost, Bro. Ja, Bro, also, Bro, was soll ich sagen? Warum hat der ne Waffe? Also, was ich mit ihm gemacht hab, ne, also, ne. Ne, 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 ne. Das ist wirklich ausmachen, die Mühle. Ja, korrekt, Jungs. Wenn ihr da mal ne Annehmung machen könntet. Darf ich den Heli jetzt werfen, für einen Kill? Ja, ne. Nehmt einer den Intel an von euch, auch süß. Und shit. Was? Was? Ich bin scheinbar muted, schade. Fairer. Fairer. Fairer, bin muted gewesen, my bad. Was geht's, Axony? Was meinst du? Oh, egal, wie viele Zuschauer. Oh, egal. Ich seh das nicht mal mehr auf TikTok, aber ist immer ganz cool, weil da immer neue Leute mal auf den Stream kommen. Seh mir. Ist doch cool. Die Aufklärung meldet einen Bunker in der Nähe. Augen auf, klar? Klicken, Gulak klicken. What's so? Kann man theoretisch Darkpeat? Ja, kann man. Kann man, kann man. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, wenn ihr so an manchen Tagen zockt, dass euer Controller sich so delayed anfühlt? Ja, same. Aber es ist so manchmal mehr, manchmal weniger irgendwie, ne? Ich glaube, es ist Brain geschuldet, weil manche haben wir halt einfach so ein bisschen mehr MS, weißt du? Und dann wiegt's glaub ich so. Also bei mir Everyday Montag quasi im Spiel. Ja. Everyday Saturday. Auf Leerstar, seitdem du Malta bist wegen anderer Temperatur hast du halt mehr Delay im Brain und deshalb ist das alles gar nicht mehr viel. Ahhhh, I see, bruv. Might have been you the whole time, man. Ich hab nicht jemanden gehört. Allah, ich hab jemanden gehört. Euer Trupp hat es in die Sicherheitszone geschafft. Das ist ja ein Crazy Play, Bro. Das ist wirklich wie den krassen Headclitch aller Zeiten. Okay, Karte ist mit allen künftigen Sicherheitszonen aktualisiert. Ein Truppmitglied ist im Gulag gelandet. Überleben heißt Wiedereinstieg. Wie meinst du das, Saksoli, so vom Gefühl her, oder was? Meinst du, vom Gefühl? Ähm, haben wir schon Bunker geöffnet? Ich, ja. Alright. Just me doing my thing. Don't mind me doing my Bunker real quick, man. Meine Birne, ja, ja. Boah, Lukas, wie geht's, man? Just me doing my Spiel. Hab ich's doch nicht so. Könnte man sagen, Roxo, ja? Könnte man sagen, mein Freund. Boah, warte. Ah, nee, wir haben diese gar nicht bei diesem Game gecedert, sondern letztes Game, ne? Fuck, Dega. Welche Bunker warst du? Hier hinten bei mir. Hier, da war Foresight drin. Dega, werden beide Cider verloren, Chris, ne? Crazy. Dega. Beide Full Dead. Das ist crazy, Bro. Aber euch kann man ja beide Cidern. Glaub ich schön, wie der Du es bei mir schaffen wollen, oder? Crazy, man. Alter, aber knackige Lobbys, da kann man nix sagen. Apropos knackig, komm mal her. Wem war dein Ärschchen hier hin, wirst du, wirst du, was ich mein? Ja, ich war zu dem Bunker, wo du auch warst, gleich. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob da die anderen Brays sind. Wir müssen mal kurz einen Drive bei einem Shop machen, oder? Das geht hier nicht. Was mach ich hier? I have no idea. Die beiden sind auch full mute. Das ist wieder so, wir kaufen die jetzt einfach wieder nur. Verstehst du? Das bockt mich jetzt schon wieder nicht mehr, muss ich sagen. Das ist geil, ja. Kein Problem. Oh, ja. Wo ist denn, welcher Bunker war das? Dankeschön. Komm, Ballon, komm. Hier. So kurz, meine Leute. Kurze Frage in die Runde, weil ihr da seid. Spielen wir gerade auf New Girl, oder spielen wir so? Nur wegen Verständnis Frage, damit ich nicht auf Kills, gell? Ich spiele gerade auf Winx, oder so, dann? New, New, New. Yeah, auf Winx, Winx. Okay, okay. Äh, schon mal jetzt einen Spezi-Bonus da, Hubi, dir ist der bewusst, oder? Aus dem kleinen, aus der kleinen Türche. Die Drehs, ne? Ist halt ein bisschen, wir hatten eine Scheißnummer für dich. Da, glaube ich, für mich wird es eine Scheißnummer, weil der killt mich schon falsch. Wir haben doch nicht. Ich bin weg. See you later, Loser. See you later, Alligator. Ist das hier überhaupt der Bunker? Lass ihn mal fighten. Wo ist denn der Bunker hier? Der Loser. Wir sind hinter ihm. Nein, die ist schon auf. Das kann ich sagen. Das kann ich sagen. Was ist denn der Streak? Wir sind ganz tief. Oh, Dad, man. Dankeschön für den zweiten Monat. Wann spielt er heute schon? Ich wünsche euch viel Erfolg. Kein Hacker. Dankeschön. Ich bin jetzt seit drei Stunden live. Das ist alles streaked. Inside. Mein Freund. Keiner da. Das geht ab. Ja. Danke für den Vsup. Echsenmenschen zu D programmiert. Ich glaube nicht. Zwei dann. Terrasium. Weak, weak, weak bei dir. Oh, Henoch. Du bist der letzte? Ich bin Serkeis. Ne, ne, an mir an der Serkeis. Da liegt der immer noch. Da liegt an der Serkeis. Cool. Wir sind noch mehr. Ja. Mit Ballon. Mit Ballon. Hier. It's one shot. One shot. Unser Bounty ist doch safe. Krass, oder? Fabi auf Dach. Und oben. Ein Nock. Geht sie auf mich. Die Challenge ist einfach nur den Nuke holen. Also fünf Siege holen, dann eine Nuke machen. Na ja, Ultran. Mein Chef hört's dir. Was geht's? Okay, die ganze Zeit. Komm mal her, Chris. Ich musste hier ein paar Sachen droppen hier. Warte, ich versuche gerade die Gegner. Ja, ich bin gerade oben. Und ich glaube, die sind auch hier. Ich fange da, Leute. Ich schüsse. Wie lange machen die runter? One shot, one shot. Oh. Ich werde essen. Ach, ist das ein ganzes Team? Ich glaube, das war ein ganzes Team. Ich brauche Rest. Und in Nock. Gute Shots. Gute Shots. Das habe ich gesehen. Nur mal die goldene Maske, die ich gelegt habe, Chris. Wo hast du die gelegt? Ah, da ja. Aufsehen? Ähm, schwierig gerade bei mir. Hier, mich so gerade durchgeschlängelt. Warte, warte. Ich geh ihn kaufen. Ich geh ihn kaufen. Ist das ein Panzerknacker? Ja. Kannst du safe, sonst gehe ich? Nee, nee. Ich mache es. Blime ist komplett safe. Blime ist jemand hier. Hä? Ich muss ihn auch kaufen jetzt. Du musst ihn... Was zur Hölle, Bro? Ich geh, ich geh sie kaufen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß. Im Turm ist er nicht. Verliert sein Boden. Bewegung. Truppmitglied steigt neu rein. Ich werde gesniped. Unter uns. Unter uns steigt er sich. Ich werde noch gesniped. Von wo denn? Von, äh, hinter uns. Bringt euren Trupp in die Sicherheitszone. Wir sind wahrscheinlich... Ich muss abhaben. Ja, easy. In uns lag Gulag, ja. Achtung! Ein Feindtrupp verfolgt seine Position. Hört, hört, hört. Ich weiß gar nicht, warum die zu uns schripen, Digga. Da sind so viele Gegner bei denen. Ja. Ich würde von zwei Teams einfach angesniped, ja. Könnt ihr Resenballs? Ja, ich glaube jetzt. Ja. Einkaufen. Ich würde wahrscheinlich auch sterben. Digga. Soll ich helfen kommen, Cheekip? Nein. Es sind noch drei Leute. Ich habe ein Gold. Es sind welche, Hubi? Einer sehe ich. Ist da gerade einer da, wo die Zip-Line ist? Lass ihn fighten. Hier, ich sehe nur einen. Er ist runter. Nein, er geht irgendwo mit Leiter hoch. Mein Knock. Der ist einfach hier hochgeschoppt. Könnt ihr Feuerwehr kommen, Jungs? Ja, lass da hin. Komm. Warum ist es noch eine Maske? Ja. Ich bin safe. Ich habe Headshot-Snipe von Feuerwehr. Liegt der gerade mit dem Heli zu dir? Nee. Das ist ein ganzes Team Feuerwehr. Da ist die Leiter. Ich habe noch einen Buster-Banker. Ich habe noch einen Buster-Banker. Okay, okay. Einfach weg, bitte. Okay, lass rüber, komm. Dir wurden gebannt, Kapastner. Bitte lasst weg, bitte lasst einfach nicht fighten. Einer noch. Zu spät. Ich habe den kapastner nochmal. Einer ist hier hinten. Hinten ist einer. Hinter mir. Ich werde gesnipet. Bitte nicht. Lock-Token hier zwei. Wann ist das letzte Mal das Event passiert? Crazy. Lass rüber, mehr. Komm. Hier ist Gulag-Token noch. Und gestucked. Muss mich direkt resen. Muss mich direkt resen. Sonst gehe ich full dead. Alles. Nein, lande auf uns. Lande auf uns. Oh, okay. Ich werde noch one-ing. Leg noch einen Gulag-Token. Ich habe schon einen. Wir sind da beim Carport. Carport. Ich würde sagen, wir gehen links zum Heli. Ja. Wir hätten einfach gute Position. Komm. Da sind welche auf Melee. Ne, der unten an der Mauer ist er. Unten an der Mauer. Der ist unten. Der ist kein oben. Ich sollte kurz hören. Der pusht, der pusht glaube ich. Ich krieg den. Ich krieg den. Ich hör noch keinen. Doch, doch der ist close. Der ist hier hinter der Ding. Unter der Bridge. Links links links. One-ing, one-ing, one-ing. Eines One-Shots. Komm. In die Sicherheitszone. Der rind weg, der rind weg. 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 Der rind nicht mehr Team-Mates. Ich hör nur ihn. Er ist vor dir. Rechts von dir. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ja. Ich bin down. Gut, schön. Haben wir eine Portable Ball? Nee. Alter, die wollten hier gerade hochsippen. Einer noch. Gut von unten geslipht. Aber gut. Ich hab kein Brezi. Ganz gut, kannst du helfen. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Einer hatte ich noch noch. Habe ich den Kill bekommen? Nee, ne? Ja, hast du, hast du. Habe ich? Okay. Der hat Moors oder so, Digga. Ich auch. One-Shot. Und gebunkert. Echt? Okay. Ja, ich hab gebunkert. Hier, hier, hier. Open Field. One-Shot. Was ist der? Nice. Hab den. Rücken. Noch einer in der Smoke. Er wird hier rauslaufen. Hier. Er sniped in der Smoke. Bro. Der Hitler hat mich sehr erschrocken. Da renten ein anderes Team. Das ist Zone, oder? Ist einer open. YouTube. Können wir hier kurz einkaufen im Shop? Können wir hier kurz einkaufen im Shop? Dann können wir dieses große Dach in Mieze aufnehmen. Ich bleibe oben für Heli. Ihr habt genug Sachen. Ich hab ein Prezi Gold. Wir brauchen noch eine Strik. Am besten einen Banker oder so. Oder noch einen Prezi. Oder einen Motor. Hol einen Motor. Einen Motor brauchen wir auch so. Okay, okay, okay. Ich hol noch einen. Was holst du? Okay. Guck mal. Ich will eigentlich das Haus haben. Hier, Monik, gehst du noch? Ich hab noch eine. Könnt ihr euch beeilen ein bisschen? Kommt rein. Kommt rein. Schatz, sei ein Mörser. Hallo? Gibt ihr einen anderen Heli, oder? Jungs, kommt mal her. Kommt mal her. Guck mal, hier sind vier Leute. Wir wollen dieses Dach haben. Wir wollen das haben. Ja. Wenn wir einen nocken, hab ich einen Prezi. Warte mal. Ja, wir können eigentlich rechts Prezi hin und links Banker, was dann? Dann müssen die runter. Komm, komm, komm. Ich hab einen Prezi ready. Wollt ihr machen? Ja, dann mach ihn rechts hin. Ja. Go, go, go. Ich hab, ich hab gestreakt, ich hab gestreakt, ich hab gestreakt. Die müssen runter. Der kommt perfekt. Die müssen runter. Ich geh drauf, ich geh drauf. Die sterben, aber dann, okay, dann sterben. Zwei nock. Wann ist das? Oh. Geht. Was? Zwei nock, zwei nock. Ich hab alle. Was? Nein, ich hab keinen Self oder so. Nein. Ich wocke, ähm, wir müssen runter. Warte, warte, warte. Ja, ich stehe. Vielleicht überlege ich sie. Wir sind gut hier, bro. Goodbye. Komm. Hier ist alles. Hier ist alles. Hier ist wirklich alles. Unter uns, unter uns. Unter uns, unter uns. Ein ganzes Team sogar, glaub ich, unter uns. Aber wo genau? Ganz unten? Ganz unten, unser Haus. Weil man die so laut hört. Ja, extrem. Ein Schritt von denen. Sniper, leider. Ich hör leider gar nichts. Da und, das ist noch was. Ganz Team, ganz Team. Hier. One shot, she break. Ich seh gar nichts. Vier Leute, es sind vier Leute. Ich hab auch noch einen STG. I don't see shit. Hinter uns, oben. Hier. One shot. Die Stairs auch kosten, ne? Ich könnte jetzt mal das Ding rüberschmeißen. Maybe, hitten. Ich hab sogar getetet. Einer ist uns an der Brücke. Ja, ich hab im Auto getet. Der unten am Head Clashen. EZ. Wir können es sehen. Wir können es sehen. Ich hab noch eine Flare, by the way. Unter uns sind die immer noch. Einer ist ja Open Field. Moved der. Der ist hier. Der hat uns geprezelt, glaube ich. Nein, jetzt kam der. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe hier. Was? Ich hab ne, ich hab ne Ding. Ich hab ne Flare. Nimm die einfach. Naja, jetzt fertig. Und wissen wir von wo? Der Presiker? Von denen wahrscheinlich. Von da, glaube ich. Die sind auch Sveti da unten. Ich hab da ne Clustermine. Wenn ich nachher... Einer ist hier unten schon. Der moved. Und das hier im Wasser. Fehlkill. Fehlkill im Wasser. Da ist noch eine Wasser. Tag. Die kommen hoch. Rump, kommen hoch. Was? Warning. Klasse. Gib mal ihr Geld. Gib mal ihr Geld. Ja, hier. Nichts. Hier ist einer. Am Moven. Hier. Irgendwo. Bei der Bridge. Ja, hier. Down, down, down. Das sind die Sveti. Wir sollten eigentlich jetzt ein nächstes Bridge taken. Hier, hier, hier. Ich würd late. Ich würd late Bridge taken. Kannst du kurz an die Portable Streaks kaufen, Hubi? Die werden wir brauchen. Ja, ja, ja. Wollt ihr ja nie oder? Pritzi, Pritzi. Äh, Pritzi. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Gott, der Biss. Es ist nicht ein Privates Match, sagt er. Oh, my days. Oh, der hat so viele Smogs. Ich hab 12 Smogs. Ja, bei dir sind noch ein ganzes Team. Drei Leute. Und? Ich wusste nicht, dass die... Ja, ja, das hab ich gecallt sogar. Warte, warte. Ich mach Clustermine runter, die ich... Down, down, down. Komm, komm, komm. Komm runter, komm runter. Ich glaub nicht. Ich hab die Clustermine. Ich hab ein Knock, ein Knock. Es können nur noch zwei sein. Ich hab ein Knock, ein Knock. Ich hab ein Knock. Auf jeden Fall mein PDS. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Es ist One-Shop. Ihr könnt Resen. Ihr könnt Resen. 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 Das ist ne Flare. PDS liegt hinten an der Door. Ich hab ne Flare. Ich stack die PDSes. Hier ist noch ne Flare. Noch ne Flare. Noch ne Flare. Pass auf. Straight oben. Geht nicht runter. Ein Team auf der Bridge, ein Team unter der Bridge. Können wir auf der Bridge killen? Ein Team ist straight unter uns. Ja. Hier. Ich hab Thermid. Die werden sterben von Thermid eigentlich. So One-E. Pass auf der Team oben auf, ne? Ja. Ich hab Angst wegen über uns. Wir müssen eigentlich das Team oben spielen. Ja. Einen hab ich von den unten. Ich spiele auf die unten, spiele ich Late mit PDS. Hier sind sie, hier sind sie, hier sind sie. Ja. Warte mal, meine. Können wir die Bridge flinken? Können wir die Bridge flinken? Warte, ich kann von oben gleich mit ihnen hängen holen. Ey, ne. Ich muss mozen. Ich muss mozen. Der sitzt hier bei mir. Der sitzt hier oben hier. Die anderen sind. Ich kann nicht. Zwei noch oben auf der Bridge. Ich hab zwei. Hä, Beine gebrochen auch. Wo ist die Flare? Ich bin unten. Ich bin unten. Warte, warte, ich kann jetzt. Ey, was willst du? Warte, ich kann flaren. Ich muss nur unter der Brücke runter. Okay, okay. Ich wollte nur kurz kommen. Das ist der letzte. Okay. Ne, warte. Er ist auf der Bridge, glaube ich. Bei gegen einen. Ja, der muss auf der Bridge eigentlich sein. Ich versuche auf ihn zu landen. Was? Digga. Nice. Oh my day is wrong. Oh, got it, baby. Kurz im Ofen. Ich geh kurz raus. Such neu. Und dann bin ich gleich wieder da. Lived on. Unwarte.